Okay, warte, ey. Nein, wartet mal. Ich hab hingesumt. Oh mein Gott, das hab ich jetzt vergessen. Hello, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Also ich zeig euch heute einfach, wie ein ganz normaler Tag bei mir nach der Schule aussieht. Und dass mein Tag gar nicht so YouTube-Glamour ist, wie ihr immer denkt. Und Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, drückt die Klappe und abonniert mich. Los geht's. Schmeckt's gut? Und wie war's heute? Gut. Ich esse jetzt mein Mochi. Du mein Handy runter. Holt sie euch alle. Also Leute, ich hab jetzt gegessen, ich bin jetzt auch satt. Und jetzt geh ich auch gleich hoch, weil ich muss mich umziehen. Ich hab so geschwitzt in der Schule. Also Leute, ich hab mich jetzt umgezogen. Ich hab jetzt nichts Luftigeres angezogen. Aber ich hab schon mal wie ein Hosen-Set hier. Das ist jetzt schon gemein. Welcome to Easy Made Artic-Trap mit hier oben. Wenn ich an dem Tag kein Hobby hab, dann geh ich entweder mit den Hunden spielen oder Skateboard fahren. Und manchmal treff ich mich dann auch noch mit Freunden. Und auch da entscheide ich dann immer, ob ich euch jetzt mitnehmens Story mach oder ob ich's lass. Weil oft vergesse ich's auch und ihr fragt mich auch immer, ob ich mehr Story machen kann. Aber Leute, das ist ja mein Hobby und nicht mein Beruf. Manchmal haben wir auch Co-Obs in den Storys, aber die drehen wir dann meistens vor. Aber das sag ich auch immer. Meine Eltern sagen immer, erst die Schule, dann die Freunde und dann Social Media. Und ich find's auch toll, dass sie mich so unterstützen. Und apropos Schule, jetzt kommt eine Werbung für Cleverly. Einmal in der Woche hab ich ein Meeting mit meiner Cleverly-Mentorin. Ich hab euch das jetzt schon mal in einer Story erzählt. Ich sitz dann immer hier mit Mamas Computer. Also wenn ich dann hier sitze, sieht's dann halt immer so aus. Ähm, mit Filmen darf ich das leider nicht. Aber ich glaub, mich würde das auch so stören irgendwie. Hier hab ich auch nochmal zwei Bilder für euch gemacht. Guck mal. Mittlerweile hatte ich jetzt schon vier Stunden und ich find's richtig cool. Ich hab auch jetzt herausgefunden, was für ein Lerntyp ich bin. Und ich hab auch herausgefunden, wie viel Potenzial in mir steckt. Das ist auf jeden Fall richtig viel. Ähm. Und ich freu mich auf jeden Fall noch auf weitere Stunden. Aber wenn ich jetzt sag, dass ich alleine das rausgefunden hab, stimmt's natürlich nicht. Ich hab das zusammen mit meiner Mentorin herausgefunden. Ich blende euch das jetzt mal hier ein. Dann seht ihr mal, was für ein Lerntyp ich bin. Und was bei mir hier so los ist. In den nächsten Stunden geht es dann so richtig los. Und ich freu mich schon total drauf. Also ich versuch auch schon jetzt, die meisten Routinen umzusetzen. Zum Beispiel halt Klamotten rausrichten. Schreibtisch aufräumen oder Sachen nach unten bringen, die halt nicht in mein Zimmer gehören und so. Also ich bin halt jetzt dabei, so mein Umfeld ordentlicher zu machen. Und ich hoffe auch, dass man was gegen meine Aufstüberei machen kann. Da frage ich das nächste Mal auch auf jeden Fall nach. Das wär echt gut. Das Cleverly Mentoring-Programm hilft mir auch total, mich im Schulalltag mehr zu strukturieren und konzentrieren und so. Und ich denke auch, es ist so besser für meine Zukunft, wenn ihr so wisst, was ich meine. Wenn ich mich halt besser konzentriere und so. Was auch cool ist, dass ich für die Stunden nicht extra aus dem Haus muss. Und meine Mentorin mag ich auch voll gern. Und übrigens ist auch Mama entlastet, sagt sie zumindest. Weil sie sagt halt auch schon lange, dass ich mir Strukturen so in meine Schule Sachen bringen sollte. Soll. Ich glaube, ich wusste nicht meinen. Und das ist meine Mentorin, die Alexandra. Die magste, ne? Mhm. Wenn ihr Cleverly auch so cool findet wie ich, dann bekommt ihr mit meinem Rabattcode EASY2 zwei Gratisstunden. Es gibt auch klassische Nachhilfen bei Cleverly. Vielleicht probiere ich das auch aus. Aber der Rabattcode gilt auch dafür. Und wie immer verlinke ich euch noch alles Wichtige unten in der Infobox. So, also das Thema mit der Schule hacken wir jetzt durch. Es gibt ein paar Sachen, die sind jede Woche gleich. Ich drehe jede Woche ein Video und ganz selten mal zwei. Und ich mache drei Shots in der Woche. Und Instagram mache ich halt, wie ich Lust und Zeit habe. Und Mama hilft mir bei den Bildern und so immer. Ihr wundert euch jetzt bestimmt und denkt, so war es, das kann doch gar nicht sein. Ich sehe die EASY2 ständig. Ja klar, es gibt halt auch schon ganz schön viele Videos von mir und so. Aber es kommt euch nur so vor. Ich bin also nicht ständig auf YouTube. Und ich verrate euch jetzt auch noch ein paar Sachen. Und so habe ich Bildschirmzeit, was viele auch nicht wussten. Also ich habe die halt, außer wenn ich jetzt Content machen will, dann gibt Mama da irgendeinen Code ein und dann passt das wieder. Ich darf nicht die ganze Zeit ans Handy und auch nicht die ganze Zeit YouTube schauen. Und ganz wichtig, Leute, ich bekomme nicht immer alles, was ich will, auch wenn das viele von euch immer denken. Und ich gehe halt auch zum Sporttreffen mit Freundinnen und Unternehmen, auch viel mit der Familie. Es gibt aber auch Sachen, die sind etwas anders, muss ich zugeben. Zum Beispiel, ich werde öfter mal angesprochen, halt erkannt. Und ihr dürft auch gerne mich nach einem Foto fragen. Das mag ich lieber, wenn ihr heimlich welche von mir macht. Und auch die Fantreffen, die finde ich immer richtig cool. Das letzte war zum Beispiel in Nürnberg und es war einfach nur der Hammer, Leute. Es war so schön, euch alle zu treffen. Hier seht ihr mal ein paar Ausschnitte. Bis zum nächsten Mal. 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 Es war schon cool, oder? Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Nächste. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Ava vorbei. Da gibt es nämlich ein ganzes Video von unserem Fantreffen in Nürnberg. Also, Leute, ihr seht, mein Leben ist gar nicht so spektakulär und es ist gar nicht immer so, wie es scheint. Ich bin halt ein ganz normales Mädchen, das halt zufällig durch YouTube bekannt geworden ist. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne in den Community-Tab schreiben. Also, Leute, es war mir jetzt schon echt wichtig, mit euch auch mal über das Thema zu sprechen, weil ich glaube immer, ihr habt da etwas andere Vorstellungen. Naja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, drückt die Klocke und abonniert mich. Und adios, amigos!